Juuu, was geht ab Freunde, what's poppin' YouTube und willkommen zu einem Mbappé-Totz vs. Neymar-Totz Squadbuilder-Battle. Das Ganze hier ist eine Prediction, denn das Totz kommt heute Abend raus und es wurde geleakt, dass Neymar rauskommt. Neymar bekommt einfach ein Totz und Mbappé kommt raus. Das ist sowas von geisteskrank. Und deswegen machen wir hier den kleinen Vorgeschmack. Ich habe Mbappé-Totti am Start und mein Gast, der sich erstmal vorstellen kann, ist auch dabei, hat ein anderes Spiel am Start. Was geht Tabak? Freunde, was geht ab? Dropduke ist wieder am Start und das Geile ist, dass wir Neymar und Mbappé in Rot alle zusammenziehen werden. Jeder von uns, der dieses Video guckt, wird den in Roten Player Pick haben. Falsch. Jeder, der dem Video einen Daumen nach oben gibt, der wird Mbappé oder Neymar in Rot ziehen. So nämlich. Ja, das ist die Bedingung, glaube ich. Genau, richtig. Das ist dann dieses Item-System. Ja, weil ich habe eben den deutschen Community-Manager von EA geschrieben. Ich meinte, jeder, der dem Video einen Daumen nach oben gibt, soll dann Mbappé oder Neymar ziehen. Das ist dann irgendwie so gekoppelt mit euren YouTube-Accounts und deswegen funktioniert das auch. Deswegen lasst ein Like da, Freunde. Vertraut mir. Quelle, vertrau mir, Bruder. Schau mal, wir bekommen so Anzeige wegen dem Video, weil sie da nicht bekommen haben, dann kommt das ganze Platz. Einfach knaster, ey. Der Tabak hat nicht, wir sind so Zellen, Brüder, auf einmal. Scheiße. Sind wir gut abgesichert, Bro. Hab eine Versicherung, weil ich gucke. Freunde, lasst versuchen, 10k Likes rauszuhauen. Lasst ein kostenloses Abo da. Checkt gerne Tabak ab. Und ich würde sagen, mein Brudi, du kannst gerne mal reinhalten. Okay, komm. Stürmer, Rechtslügel, idem. Okay, komm. Ich habe einen Stürmer mitgenommen. Der ist super, Bro. Der hat aber nicht viel mit Mbappé am Hut. Ist aber genauso gut gewesen wie Mbappé. Ein Jahrhundertstürmer. Pelé, let's go. Prime Icon Pelé. Schmeckt. Und auf der rechten Seite, Rodrigo wird zu einfach. Der weiß so, dass ich den habe. Ich habe die SPC von Rafinha auf diese lockere abgeschlossen. Und deswegen spiele ich hier Rafinha. Auf Lock. Ich habe Rafinha auf Lock vorne abgestoßen. Gegen Broski. Perfekt gegangen. Ähm, ja. Und ich habe Ben Yedder und Moussa Gabi. Der Gabi darf beide behalten. Gut. Dann machen wir weiter mit deinen Spielern. Ich habe ein sehr gutes Gefühl, mein Brudi. Was hast du aufgeschrieben? Welche Positionen? Zwei Stürmer. Okay. Also. Linke Stürmer. Den habe ich letztens wieder gezogen, Freunde. Er ist back in the building. Es ist Prime Icon. Kreuf. Und zufällig war der Wax, wo du den gezogen hast im Stream dabei. Haha. Scheiße. Und ich habe Harry Kane. Harry Kane darfst du behalten. Kreuf kannst du rausknallen. Du liebst Kreuf. Und du hast mich schon so oft mit Kreuf hochgenommen. Und ich habe gesehen, dass du ihn wieder gezogen hast. Ich glaube, du hast das gepostet oder so. Und ja. Das lasse ich mir nicht nehmen. Den schreibe ich auf. Torwart. Ah, Mann. Ich wollte ihn mal wieder spielen. Wenn er ist wieder back in the building, hat er nicht mal einen chemistry style gehabt. Junge, wie oft ziehst du eigentlich Kreuf? Das gibt es gar nicht. Fünfmal schon gezogen oder so, ne? Ich habe ihn dreimal gezogen dieses Jahr. Junge, ist das verrückt. Der liebt dich. Er kommt immer wieder. For real, der liebt dich. Er wird abgeschlossen und kommt zurück. Abgeschlossen, wieder da. Na, komplett verrückt. Okay. Mittelfeld. Let's go. Freunde, nächste Runde. Neues Glück. Direkt wieder was erraten, wäre jetzt wichtig und richtig. Dein Stürmer ist raus. Jetzt kommt dein Mittelfeldspieler raus. Erzähl, wen hast du? Also. So, im Mittelfeld haben wir den guten Alten Kohl, Trophy, Hero, irgendwas, Titans. Dann haben wir ZDM, zwei Bundesligaspieler, zwei Bayernspieler. Der eine ist in Verbindung gesetzt worden mit Barca, wird niemals wechseln, hoffentlich. Und der andere soll vielleicht auch gehen. Genau. Und der andere ist Goretzka und anscheinend überlegt Bayern Goretzka zu verkaufen, um Rice zu holen. Boah, krass. Aber Kimmich zu Barca? Was habe ich da gehört? Bro, Xavi und so, der liebäugelt richtig mit Kimmich, aber der wird niemals gehen, glaube ich. Ich glaube auch nicht, der liebt Bayern, der ist Bayern-Legende. Ist so. Kohl habe ich aufgeschrieben, den kannst du raustun. Ja, Digga, wie kommst du denn auf so random Kohl, Mann? Weißt du, der habe mich angelächelt, hau raus. Perfekt, Alter. Dann habe ich noch Vitina und Bruno Gemürig aufgeschrieben. Ja, das ist ja Blasi-Blade. Okay, was hast du im Z2M und was hast du im Mittelfeld Z2M? Z2M habe ich auch eine Hero, aber nicht Kohl, sondern Abedi Pelé, Food Fantasy Hero. Super Typ, ne. Sieht geil aus, diese Karte, und ich glaube, die spielt sich auch geil. 4-4. Super, 95 Pace, alles drum und dran. Und dann, sehr, sehr riskant, Perfect Link kommt jetzt. Ein Perfect Link. Die Frage ist, welcher Perfect Link? Kommen jetzt Petri Gavi, kommt Paris Perfect Link, kommt doch Bundesliga-Konfering, kommt Real Madrid Perfect Link. Alles falsch, Bro, alles falsch. Es kommt ein Ajax Perfect Link. Achso. Spaß, Paris Perfect Link, Renato Sanchez und Vitina. Ah, ich hatte die beide auf dem Schirm. Ich habe mich entschieden für Franzosen quasi, wie Guendouzi aus der französischen Liga, Pedri als auch Neymar. Ich dachte mir, vielleicht spielst du Z2M Neymar so auf Schlingelmodus. Auf diese Schlingelmodus. Ne, ne, sowas mache ich nicht. Ist ja ein Battle Mbappé gegen Neymar, dann kann ich auch noch nie Neymar einbauen. Ja, 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 ja. Okay, komm. 2-0, Tabak. Das ist hart. Das wird heute nicht gut enden für dich hier, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Aber ich werde mich im Gameplay pushen und vor allem jetzt bei den Außenverteidigern, Bro. Die kann ich. Vamos. Wir gehen in die nächste Runde. Tafel ist drin. Gib mir deine Brasilianer auf der Außenverteidigerposition. Brasil. Sha la 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 la. Sha la 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 la. Ich habe Spanier, Bro. Ich habe Spanier mitgenommen. Auf, 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 auf entspannt. Rafinha vollgemacht. Einmal mit Balde, Team of the Season. Super Karte. Ja, 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 ja. Ganz auffällig. Balde und auf der rechten Seite Kavachal. Ganz auffällig einfach mal. Ah, der entspannt das. Ich habe Kunde ist König und Balde. Linksverteidigung. Der wird jetzt gewonnen. Der wird den Horde die Alba jetzt ersetzen in den nächsten Jahren. So ist es. Laber doch nicht. Und da wünsche ich mir auf jeden Fall ein Browser-Torbert auf den Außen, weil da wird mein Sturm knackst. Bro, immer meine Außenverteidiger. Jedes Mal meine Außenverteidiger. Was soll das Tabak? Schade, Briggs. Bro, das ist ehrlich nicht mehr normal. Ich meine, das ist sogar ernst. Das ist nicht mehr normal. Und ich dachte, du gehst safe auf meine dritte Liga. Ich dachte, du schreibst jetzt safe so Kalulu-Hernandez oder so auf. Mein Gott, naja, komm, erzähl, wen hast du? Hast du mal ein bisschen Chemie für Neymar reingebracht vielleicht? Fabio oder so? Wie kommst du auf Fabio? Wer ist Fabio, Digga? Der hat so eine 85er- oder 86er-Special-Card, Winter-Wild-Card oder so. Nee, die habe ich nicht auf dem Schirm. Ich habe links Ismaili und rechts Fabio. Wirklich, ja. Ich bin der Schwindler, der Tinder-Schwindler, ja. Ismaili und Fabio. Ist das ein Perfect Link? Nein, nein, Strong. Okay. Breite darf ich behalten, auf Ehre. Ja, ich hatte die zwei auf dem Schirm, wie ich auch gerade erwähnt habe. Aber ich habe nur noch Mendesch und Hakimi aufgeschrieben. Ja, Digga, das war genau quasi die andere Verbindung. Du hast es wichtig. Ich hätte einen Brasilianer und einen PSG-Spieler aufgeschrieben müssen. Aber das wäre dann auch auch feiert. Dann hättest du, ich... Man hätte, man kann, man konnte es nur falsch machen. Ich sage dir, wie es ist. Das sehe ich so ein bisschen gut. Okay, let's go. Dann noch die Außenverteidiger-Position. Nee, Außenverteidiger-Innenverteidiger und den Torwart. Und dann ist das Ding auch wieder durch. Und dann geht es ins Game. Und dann wird das Karte. So ein Ding. So ein Ding. Und ich brauche aber noch einen Browser bei dir. Für die Confidence. Jo, werden wir sehen. The last round. The last man is standing. Und zwar, ein Spieler von den dreien wird nur überleben bei dir. Erzähl. Ein Spieler von den dreien. Da bin ich mal gespannt. Also, ich habe mich für die eine sehr offensichtliche Variante entschieden. Hab ich. Spaß. Oh, ich hoffe nicht. Marquinhos. Mach kein Auge auf Marquinhos, okay? Weil der passt gut ins Team. Wir müssen 31 Chemie schaffen. Jo. Dann habe ich Stones in Verteidigung. Und ich dachte, ich habe den Tots, aber den habe ich abgestoßen. Es ist Alisson Becker. Und es war ja in der SPC, deswegen kann ich den nicht wiederholen. Ach, der war in der SPC? Mhm. Hör auf, dass du jetzt Alisson hast, auf random. Nein, ich habe LaFont. Echt? Und TheLicht. Und Marquinhos hatte ich wirklich, wo ich meinte, den habe ich. Digga, du bist... Es ist 300.000 München, guter Innenverteidiger und der haut mir den weg. Ja, so einfach geht das. Aaron Lowes bist du. Iiiiih. So. Drei Brust, das ist keine gute Quote, Bro. Bro, vor allem Stürmer, Z-Doim und Innenverteidiger. Das ist ein Bruch. Das ist wirklich ein Bruch. Das ist echt so. Ey, ich habe eine Frage an dich. Warum nennen den so viele Leute, also vor allem Bayern-Fans nennen den so, Schlittschuhbeck? Weiß ich nicht. Ja, den habe ich auf jeden Fall. Den Schlittschuhbeck, Schlotterbeck. Dann habe ich seinen Perfect-Link natürlich, Süle. Schlittschuhbeck, okay. Wie nennen die nochmal Süle? Die haben auch einen Namen für Süle. Irgendwie Big Mac oder so. Achso. Ich dachte, Süleño wäre da immer seine Tricks da macht, seine Skills. Nein, die Hater halt. Nicht die Fans. Und roten Trab habe ich hier noch anzubieten. Oh, schade. Ich habe einen roten Geher aufgeschrieben. Ein Laporte. Also komplett falsch. Und dann habe ich noch Schlotterbeck. Nein. Den hast du ja auch im Team. Das ist ja was für ein Zufall. Nein, hast du nicht, oder? Doch, ich habe wirklich Schlotterbeck. Ich schwöre. Schwöre? Auf ernst. Wirklich. Ist das krass. Wie kommst du noch Schlotterbeck? Ja, ich habe geguckt. Ich hatte den eigentlich Rechtsfreunde. Also so sieht mein Team gebaut aus. Ich kann es euch eigentlich auch kurz zeigen. Aber ich habe ihn jetzt links eingefügt. Ich lasse es jetzt einfach so links, dass ich hier nicht irgendwie die Seiten tausche. Eigentlich wäre es richtig, aber egal. Lassen wir so. Passt. Ich hole mir Bronze. Das heißt, es wird ausgeglichen sein. Ich habe eine Abwehr-Bronze. Du hast überall Bronze. Ich lade dich ein. Und dann schauen wir mal. Du hast überall. Wir laden uns ein und let's go. So, Freunde. Das sind die Teams. Das sind die Teams. Boah, das ist echt schon ein Bruch. Torwart vor allem vorne drin. Schalker, Junge. Dein Sturm, Bruder, ist viel zu gut. Einfach einen Absteiger hast du da drin. Krank. Was für... Schalke, schafft es vielleicht noch? Nein, nein. Entweder... Also, ja. Ich will nicht, dass HSV gegen Schalke Relegation kommt. Das wäre ein Bruch. Sag ich dir auch. Ehrlich. Ich glaube, das verkackte HSV. Deswegen HSV. Heidenheim muss einfach verlieren und HSV muss gewinnen. So, fertig. Ey! Am besten musst du ganz viel reden, damit ich die Tore schieße. Junge, ich war ja früh im Redeflash. Ja, Mann. Einfach Story erzählt bei meinem Verteidigen. Ich bin so alleine vom Tor. Erzählte weiter. So, guck jetzt. Übersteiger. Zack, ich habe gelernt Tabak. Ups, doch nicht. Hast du trainiert, oder was? Ja, ja. Weekend League trainiert. Immer auf den Kopf bekommen. Harry! Harry Kane. Das ist gut. Das ist ein Dortmunder Jung, der hier chillt. Oh, oh. Er ist Lengfieh. Er ist Lengfieh. Oh, oh. Ey, Torwart! Ganz kurz. Ey, Torwart-Movement. Super gut. Was ist Fabio da vorne? Das ist ein Verteidiger, der soll verteidigen. Der ist nicht im Tor gewesen, Bro. Ja, das bringt aber manchmal was, nach hinten zu schieben. Ich sage dir ehrlich, das ist gut. Jawohl, jawohl, jawohl. Mächtig. Hey, dann Sanchez geht mir auf die Eier, Mann. Renato. Renato. Und weg. Und weg, Rafinha. Und weg. Du hast Platz. Du hast Platz. Ich kenne dich. Du gehst immer Grundlinie. Du bist ein Grundlinien... Was bin ich? Du bist die Grundlinie. Ja, geil. Du bist die Grundlinie. Du bist die Grundlinie. Richtig geile Torhüter, Bro. Ja, ich liebe die Grundlinie, aber ich mache das, was du denkst, was ich nicht mache. Was? War das überhaupt richtig? Keine Ahnung. Linie. Dann läuft man. 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 Dann macht man Ballrolle und dann kriegt man Elfmeter. Hey. Ich schwöre, was mich immer nervt, wirklich diese Elfmeter, die sind wirklich blöd. Und ich habe eine Frage an dich. Was glaubst du, wird Ember P. Tots kosten? Denn er wird den so in den Winkel fetzen. Das schießt mich. Was glaubst du, kostet der? Acht Millionen? Neun Millionen? Zehn Millionen? Ja, acht, neun. Ich glaube, zehn erst mal am Anfang. Ist das krank. Und Neymar? Boah, Neymar wird, glaube ich, fast genauso teuer. Das habe ich im Bootcamp gelernt. Bei Tabak. Immer ruhig spielen. Und da muss ich schnell gehen. Da muss ich schnell gehen. Dann geht man die Linie lang. Macht eine Ballrolle. Spielt nach innen. Spielt noch einen weiter. Schade. Ey, er hätte gepfiffen. Wirklich. Ich wäre jetzt. Ich habe Platzstum gemacht. Jawohl. Draußen. Auseinandernehmen. Hey, den musst du blocken, Süle, Mann. Oh mein Gott, der war so durch. Und da stand mein Torhüter schon in der falschen Decke. Digga, du führst. Ich dreh. Du drehst. Soll ich jetzt wieder drehen oder was ist hier los? Nein, bitte. Bör auf. Sei fair. Jetzt Harry. Harry Kane. Harry. Harry, du nix Sprint. Harry, du nix Sprint. Er macht 44. und 45. Tor. Ich bin so schlecht, ne? Und jetzt geht's ab. Und jetzt... Oh mein Gott. Ey, Trapp ist so schlecht, ne? Ich schwöre, Trapp ist so schlecht. Harry, you're my kind of innocent guy. Harry Kane mit so einer Frisur, die super glatt aussieht. Ey, ich finde so Engländer voll witzig, so Maguire und Kane und so. Ich finde die Sehnen aus lustig aus. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Elfer, Junge. Übertreib nicht. Digga, bitte keine rote Karte. Ich kassier 12 Meter, gell. Bitte rot. Tapper, ich schieße wieder nach oben links. Nach oben links, okay? Ich spring nach oben links. Gelbe Karte, du lacher. Ich küsse nach oben links, Bro. Ich schieße nach oben links, Tabak. Oben links. Weißt du, wo ich spiele? Oben links. Du bist ein Lügner. Lüge, Lüge, Lüge. Hey! Hey, hey, ich bin durch. Nein, nein, nein. Süle war da, Süle war da, Süle war da. Süle war da. Kein rot, kein rot, kein rot. Ich bin eigentlich auf dem Papier durch. Ja, aber Süle war hinten noch. Ich habe Süle... Ja, Mann. Vamos. Ein Discard noch mehr. Wie kann denn der Ball da im Spiel bleiben? Oh mein Gott, rot ist dein Finishing. Rot ist dein Finishing, Leute. Vier Discards, Freunde. Vier Discards. Mbappé, Pelé, Rafinha, Abed, Pelé. Es wird schlimm. Es wird so schlimm. Es wird so schlimm, Bro. Es wird wieder Coins. Coins. Ist gerade zu regnen. Ist das frech, Tabak? Und Neymar gewinnt das Battle. Mbappé. Scheiße, Mann. Wie suchst du so schnell? Nein. Nein! Jetzt klingelt es nochmal. Digga, dein scheiß Bronzetorwart. Ich habe schon wieder Rot getroffen, glaube ich. Fünf Disken. Bro. Was passiert hier? Er ist so gebrochen. Tabak, das war die letzte Aufnahme mit uns beiden. Das war es. Das war das letzte Video, was wir jemals aufgenommen haben. Das kannst du nicht machen. Nein! Du hast aufgegeben! Dein Gegner hat die Partie verlassen. Ich habe 3-0 gewonnen automatisch jetzt. Das zählt als 0-3-Niederlage. Drei Discards für mich. Nö. Nö. Bei mir läuft das Gameplay weiter. Ich weiß nicht, was du hast. Freunde, ich habe das Ding hier sortiert. Fünf Discards. Ich werde gebrochen. Einer von den drei wird mindestens gehen, sage ich. Mbappé, Pelé, Abedi. Einer von den drei wird safe gehen, sage ich. Tabak. Tabak. Heute ist der Tag. Heute ist aber der Tag, Bro. Ich musste letzte Woche 7,5 Millionen Coins Discards. Vinicius Tuner, ich habe schon keine Coins mehr. Und jetzt muss ich wahrscheinlich noch Mbappé Discards. 9,5 Millionen. Also, Bro. Wir haben welche Formation? 4, 3, 3, die vierte. Alles klar. Also, auf Knacksch... Nehme ich... Ich nehme deine komplette Abwehr und dein Torwart.